Heya, da sind wir wieder. Oh, jetzt habe ich vergessen, den Ton lauter zu machen, aber das mache ich jetzt einfach mal. Oder ist der... Ja, toll, er ist schon so laut es geht. Ach, da muss ich hier auch mal den Ton etwas lauter stellen. Ah, so. Okay. Es geht weiter mit Gothic. Wir haben gerade die Königin fertig gemacht. Und jetzt... Ja, ich bin schon ein klein bisschen weitergelaufen, aber jetzt nicht so viel und uns erwartet noch ein bisschen langer Weg. Oh ja. Nicht, dass diese Sektenspinner jetzt denken, dass wir unbedingt bei denen mitmachen wollen. Ich bin ja jetzt beim alten Lager und ich will ganz bestimmt nicht bei den Kiffern da hinkommen. Ich bin gespannt, was wir von Korkalorm und so bekommen. Die Titel Gardist von Gomez. Das wäre irgendwie richtig geil. Dann bin ich ja richtig schnell Gardist geworden. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Boah, so viele Pilze gibt es hier. Jetzt habe ich mal einen aufgenommen. Noch einen. Da ich hier glaube ich sowieso nie wieder herkommen werde. Ich weiß es nicht. Templer. Hey, gute Arbeit, das mit den Crawlern. Damit hast du dir deine Aufnahme bei den Gardisten verdient. Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torus darüber. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ach, mit dem habe ich glaube ich schon mal geredet. Bla bla bla, was für ein Sekret, das weiß ich inzwischen schon. Aber das ist nicht gut. Gibt es hier irgendwo eine Hütte, in der ich schlafen kann? Ansonsten könnt ihr nicht so viel sehen. Naja, ich habe immerhin eine Fackel. Das muss fürs Erste reichen. Vielleicht gibt es da oben Plätzchen zum Schlafen. Schneller. Ne, sieht nicht so aus. Ich wollte runter. Na, 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 na. Wo soll ich jetzt eigentlich zuerst hin? Korka Lomb oder, 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 oder? Ähm, 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 ach ja, äh, Gomez. Oder diesen Raven. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir könnten mal ganz kurz, äh, bye, bye, bye. Raven und Gomez, also beim alten Lager, vorbeischauen. Ich glaube, ich laufe hier gerade einen falschen Weg. Oder ich speichere mal. Nicht, dass ich gleich gekillt werde und wieder ein schönes Stückchen laufen kann. Das würde ansonsten total aufregen. Lauf. Oh ja. Schön. Nicht. Muss ich da rüber? Ich glaube, ich bin hier total falsch. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Soll ich mal ins Wasser springen? Nicht, dass ich dann nochmal verrecke, aber... Ich kann es hier mal versuchen. Yay. Wow, ich wollte gerade sagen. Yay. Überlebt. So langsam kriege ich es hin mit dem, äh, schwimmen. Lass mich in Frieden. Haha. Irgendwann muss ich ja das alte Lager sehen. Du kriegst mich nicht. Haha. Ich glaube, die Viecher können nicht unter... äh, äh, ins Wasser gehen. Dafür folgt uns das Teil aber... nicht gut. Äh. Wow, das Teil folgt uns ja wirklich überall hin. Ich glaube, ich glaube, ich gucke mal ganz kurz im alten Lager vorbei und dann gehe ich zum, 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 zum Sektenlager Dingens. Bam, 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 bam. Hey, gut, dass du da bist. Hä? Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Hä? Ah, speichern, speichern. Ich glaube, so wie der das gesagt hat, klingt es, als wenn Tordos mich töten will. Aber ich glaube, ich werde zum Gradisten befördert. Das wäre ja mal endgeil. Und In Extremo ist immer noch hier. Yeah. Musik. Ich bin hier vorhin, in der letzten Aufnahme, ähm, vorbeigelaufen und habe In Extremo gesehen. Ich zeige euch mal, die haben ja noch nicht angefangen zu spielen. Deswegen zeige ich es vielleicht mal in einer der Aufnahmen, die total kaputt gegangen sind. Leider. Ich schreibe mich, wie lange die jetzt hier bleiben. Kann ich nicht auch irgendwie anfeuern? Aber cool, das ist, ich finde es cool. Ist gar nicht mal so schlecht, die Band. Die spielen eher so mittelalterliche Musik. Finde ich eigentlich ganz cool. So, das war jetzt keine Überraschung. Ich wusste ja, dass die hier sein werden. Hab's ja leider schon in der letzten Aufnahme gesehen, deswegen war das gerade kein Blind. Da bin ich nämlich erstmal zum alten Lager gelaufen, hab mit Gomez geredet, der dann gesagt hat, ja, dann, bla bla bla, so weiter. Die Zeit. Oh, okay. Warum beeilt er sich denn so? Ach ja, Torus, äh, Torus, 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 wo ist Torus? Da ist Torus. Ich würd sagen, ich mach hier mal nen Schnitt und wir sehen uns im, äh, nix sehen, sondern bis zum nächsten Teil.